Die letzten Tage ist sehr viel passiert. Wir haben sehr schwache deutsche Wirtschaftsdaten gehabt. Wir haben hier anhaltende Proteste von unseren Landwirten und die Bayer-Aktie auch, die immer weiter abstürzt. In den USA war die FED-Sitzung auch sehr wichtig und in China, da wird der Immobiliengigant Evergrande gerade liquidiert. Und gleichzeitig ist da aber BYD, ein Autohersteller aus China, zum Weltmarktführer bei Elektroautos aufgestiegen. Und das Neue ist, Sie kriegen dazu heute einen Rundumschlag von mir. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Wochenschau. Tut mir leid, liebe Veganer, aber das Video heute beginnt mit Tierleichen. Das ist ein altes Suppenhuhn. Es hat Eier gelegt, es hat auf einer Wiese rumlaufen können, es war wahrscheinlich halbwegs zufrieden in seinem Leben. Gekostet hat das Ding 9 Euro. Und der Bauer hat aber gesagt, die 9 Euro, das ist nur sein Selbstkostenpreis. Das ist dafür, dass es eben jemand geschlachtet hat. Und das ist auch nachvollziehbar. Und das hier, das ist aus dem Supermarkt. Das ist ein Hähnchen, 1500 Gramm, Haltungsform 2. Das hat keine Eier gelegt, sondern das ist nur zur Mast aufgezogen worden und kostet aber nur 5,40 Euro. Monatelange Aufzucht, Fütterung, Schlachtung, Tiefkühlung, Transport durchs halbe Land und aber auch noch ein Supermarkt, der ja auch noch was dran verdienen will. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann das sein? Uns drängt sich auch ein bisschen der Verdacht auf, das könnte irgendwie ein ziemlich brutales System sein, das Ganze, für alle Beteiligten, inklusive den Hühnern und den Produzenten. Die Bauern sind stinksauer. Wir haben seit Wochen schwere Proteste. Das ebbt auch nicht ab. Und die Bundesregierung, die wollte ja eigentlich bloß ihr Haushaltsloch stopfen. Aber dabei hat sie ein paar schwere taktische Fehler gemacht. Sie hat erstens eine einzelne kleine Berufsgruppe überproportional belasten wollen. Und das hat sie dann aber auch noch im Winter gemacht, wenn die Landwirte Zeit haben. Und es sind aber natürlich nicht nur die Landwirte unzufrieden. Und es ist klar, wir haben ja auch die Bahnstreiks gerade, wir haben andere harte Tarifkonflikte im Moment. Und wir haben ja auch in breiten Teilen der Gesellschaft eigentlich das Gefühl, es läuft hier nicht mehr so richtig gut. So eine Art Lähmung, die sich hier ausbreitet. Und das ist jetzt auch wieder bestätigt worden. Die deutsche Wirtschaft, die ist im vierten Quartal zum Vorjahr geschrumpft um 0,2 Prozent. Nach zwei Quartalen, wo wir schon Stagnation gehabt haben, jetzt also wirklich noch ein Rückgang. Und damit ist ja auch im Gesamtjahr geschrumpft. Und für dieses Jahr sieht es auch nicht besonders gut aus. Der IFO-Geschäftsklimaindex zum Beispiel, der rutscht immer weiter ab. Soll heißen, unsere Wirtschaft schrumpft wahrscheinlich auch 2024. Und das vor dem Hintergrund, das ist zum Beispiel in den USA, da brummt die Wirtschaft ja nach wie vor. Und die Weltwirtschaft ist letztes Jahr wahrscheinlich auch noch so um ein Prozent gewachsen. Und sogar die Eurozone ist noch um 0,5 Prozent gewachsen. Nur bei uns ist alles zappenluster. Und ich habe es ja schon gesagt vorhin, ich probiere hier gerade jetzt was Neues aus. Nämlich so eine Art Rundumschlag, eine Wochenschau. Ständig passiert irgendwo irgendwas Wichtiges. Und ich konzentriere mich aber in meinen Videos bis jetzt ja immer nur auf einzelne Themen. Und ich will jetzt heute mal eben versuchen, ob das auch anders funktioniert ein bisschen. Abgesehen davon, eine Wochenschau ist ein sehr vielversprechendes Format. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die hat es damit sogar zu einer eigenen Partei gebracht, die aus dem Stand in den Bundestag auch kommen würde. Jetzt kennen Sie auch mein heimliches Vorbild. Und wenn Sie mich demnächst sehen in der Gala oder so mit meiner Fotoserie von Frieda Kahlo, dann wissen Sie, was los ist. Jawohl, die deutsche Krise, die hat natürlich auch viel mit den hohen Zinsen zu tun, die wir gerade haben. Ist völlig klar. Aber wir haben eben auch ein paar andere Probleme. Die deutsche Industrieproduktion zum Beispiel, die ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit um 9% geschrumpft inzwischen. Das heißt, wir haben in vier Jahren fast ein Zehntel von unserer Industrieproduktion verloren. Und das wiederum heißt, wir sind von zwei Seiten in der Klemme jetzt. Wir sehen jetzt eben nicht nur, wo wir wirklich stehen, wenn man mal die Nullzinsen wegnimmt und wenn man auch die fetten Sondervermögen wegnimmt, die man jetzt eben auch nicht mehr in die Wirtschaft so einfach reinbuttern kann. Aber also wir haben von der Seite jetzt schon mal einen Realitätsschock. Aber zusätzlich haben wir eben mittlerweile ganz offensichtlich auch ein Standortproblem. Wir sind unattraktiv geworden. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig oder werden nicht mehr so gesehen. Trotzdem schlagen wir uns hier mit weiß Gott was rum. Nur das Problem, das will im Moment anscheinend keiner sehen. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben im DAX ja trotzdem Rekordstände. Gott sei Dank, hier da ein Jahreschart, weil, hurra, bald sollen dann ja wieder Zinssenkungen kommen. Und das gleiche in den USA, wo es der Wirtschaft ja wie gesagt noch nicht mal schlecht geht. Da haben wir im vierten Quartal jetzt wieder ein Wachstum gehabt von annualisiert 3,3% und auch immer noch ein sehr, sehr starker Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig geht da aber die Inflation auch zurück. Und vor ein paar Monaten hat man sich ja noch gefragt in den USA, gibt es da jetzt wegen den hohen Zinsen eine harte Landung oder gibt es eine sanfte Landung? Aber inzwischen ist es so, dass man von einem No-Landing sogar spricht. Also das Wachstum, das soll jetzt überhaupt nicht runtergehen, aber dafür soll die Inflation trotzdem einfach so verschwinden. Das hat Joe Biden ja ziemlich gut gemacht, oder? Wie hat er das gemacht? Wie schon oft gesagt hier, mit irrwitzigen Schulden. Im Fiskaljahr bis Ende September jetzt, da war die Neuverschuldung bei 7,5% vom Bruttoinlandsprodukt in den USA. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie das Land ohne diese zusätzlichen 7,5% dargestanden wäre. Wahrscheinlich noch deutlich schlechter als die Eurozone. Und jetzt gibt es dazu aber neue Zahlen. Nur im vierten Quartal sind die amerikanischen Schulden nochmal um eine Billion Dollar gestiegen, auf 34 Billionen Dollar. Aufs Jahr hochgerechnet sind das 12% vom Bruttoinlandsprodukt an neuen Schulden. Es ist also völlig außer Kontrolle geraten. Und damit, liebe Anleger, damit haben Sie jetzt die Wahl zwischen der Eurozone, die schon am Boden liegt, und der US-Wirtschaft, die immer noch super läuft, weil sie aber aufgepumpt wird mit Schulden über Schulden. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber ist ja auch egal. An den Börsen läuft es ja trotzdem super. Und am Mittwoch, da hat die FED ja versucht, dass sie diese Zinssenkungshoffnungen wieder mal dämpft. Aber gut, das macht sie eigentlich ja auch schon die ganze Zeit. Der Markt ist dann auch gefallen. Am Mittwoch vor allem der Nasdaq-Index um mehr als 2%. Absolut überfällig im Prinzip. Aber was soll's, man muss das jetzt auch nicht überbewerten, weil, wie hat das ein Analyst neulich so schön gesagt, Aktien sind trotzdem die Geldanlage der Wahl, weil der Markt an schlechte Nachrichten jetzt gewöhnt ist. Man könnte es auch anders sagen. Den Anlegern ist es einfach mittlerweile völlig egal, was draußen in der Welt passiert. Aber schauen wir nochmal auf ein Land, wo die Inflation eigentlich schon besiegt ist, nämlich nach China. In China liegt die Verbraucherpreisinflation jetzt bei minus 0,3%. Und gleichzeitig scheint China ja schon eine relativ sanfte Landung hinzukriegen. Trotzdem, Sie wissen es alle, chinesische Aktien stürzen schon seit Jahren ab. Hier der Hang Seng China Enterprises Index zum Beispiel die letzten 5 Jahre. Und diese Woche dann eine neue Schreckensmeldung aus China. China Evergrande wird liquidiert. Der große chinesische Baukonzern mit 300 Milliarden Dollar Schulden. Aus und vorbei. Da fragen sich viele, ist das erster Anfang? Bricht in China jetzt alles zusammen? Aber dazu muss man wissen, diese Evergrande-Krise, die haben wir jetzt schon seit Ende 2021. Jeder hat gewusst, dass die wahrscheinlich untergehen werden. Und andere Immobilienkonzerne werden da sehr wahrscheinlich auch noch untergehen. Das überrascht jetzt keinen mehr. Es ist jetzt einfach nur amtlich das Ganze. Uns geht jetzt eben um eine geordnete Abwicklung sozusagen. Die Immobilienblase ist geplatzt in China. China hat damit einen wichtigen Wachstumstreiber verloren. Keine Frage, das ist nicht schön, das ist nicht gut. Aber trotzdem, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass China uns da gerade einfach nur ein oder zwei Jahre voraus ist. Möglicherweise. Dass wir vielleicht in einer ähnlichen Phase sind, wo auch bei uns Blasen und billiges Geld jetzt wegfallen als Wachstumstreiber. Was ist sonst noch in China passiert? BYD hat Tesla überholt als weltgrößter Elektroautobauer und hat außerdem seinen Gewinn gesteigert jetzt nochmal um mindestens 74%. Und das KGV, je nach Schätzung, ist jetzt auch nur noch zwischen 12 und 15. Trotzdem, auch BYD rutschen gerade ab, obwohl Elon Musk ja gesagt hat, die chinesischen Autobauer, die werden die westlichen Autobauer sehr wahrscheinlich jetzt zerstören. Siehe mein letztes Video. Und darum haben sie ja von mir heute auch eine neue Hauspost gekriegt mit chinesischen Elektroautoaktien. Die leiden jetzt auch unter der schwachen Nachfrage in China natürlich und auch unter dem Preiskampf, der da gerade ist. Aber zum Teil sind sie aber eben trotzdem in einer sehr, sehr guten Wettbewerbsposition. Die Hauspost von mir ist gratis. Tragen Sie sich ein dafür auf www.heinrichs-hauspost.de. Dann können Sie sie jetzt sofort lesen. Billige Aktien gibt es aber nicht nur in China, sondern auch die hier, Bayer. Die deutsche Substanzperle jetzt auf 18 Monats, 18 Jahrestief, Entschuldigung, 18 Jahrestief. Jahrelang haben die Analysten gesagt, sie ist schon viel zu billig, aber trotzdem ist sie immer noch billiger geworden. Und jetzt hier ein neues Glyphosat-Urteil, 2,2 Milliarden Dollar Schadensersatz in einem einzigen Fall, von dem es ja noch tausend andere gibt. Und so Bayer fällt einem eigentlich gar nichts mehr ein. Einer von unseren größten, erfolgreichsten Industriekonzernen, der geht da gerade wirklich vor die Hunde. Aber man hat Monsanto natürlich damals unbedingt haben müssen für über 60 Milliarden Dollar. Und Bayer ist inzwischen sehr wahrscheinlich unterbewertet. Und Glyphosat ist sehr wahrscheinlich auch nicht viel schlimmer als das, was auf der Welt sonst so gespritzt wird. Die Frage ist nur, ob das der Markt auch so sieht und die amerikanischen Richter in den nächsten Jahren. Aber neulich in der Diskussionsrunde, da hat der Chef von Bayer was ziemlich Interessantes gesagt. Nämlich, dass die Landwirtschaft ja weltweit ein riesiger Sektor ist, aber der interessiert die meisten gar nicht. Obwohl sie 8 Milliarden Menschen ernähren muss. Und jeder geht davon aus, dass das wie selbstverständlich alles gegeben ist. Aber das ist es nicht. Und damit sind wir auch wieder beim Landwirt. Hier auf dem Plakat bei den Protesten, da steht zum Beispiel, Bauern tot bringt Menschennot. Nur genau das stimmt ja leider erstmal nicht. Oder es wird zumindest hier nicht so gesehen. Sondern wenn die Landwirte hier aufgeben, dann kommt das Essen eben aus Brasilien oder aus Rumänien. Und die Tomaten kommen aus China. Ist ja sowieso alles sogar noch viel billiger. Und nichts gegen unsere Landwirte. Aber die müssen natürlich in Zukunft viel, viel nachhaltiger produzieren. Und jeden Kohlkopf auch nur noch bei Vollmond ernten unter Vollnarkose. Doch, bitteschön, das Masthuhn, das soll auch in Zukunft nur 5,40 Euro kosten. Kein Wunder, dass die auf die Badekaden gehen. Und was schon mal keine Lösung gibt, ist, das ist das vielbeschworene Urban Gardening. Dass auch viel propagiert wird ständig. Radieschen von eigenem Dach. Jeder kann was beitragen. Veränderung fängt bei uns selbst an. Nur jetzt gibt es eine Studie von der Universität Michigan. Und danach ist da der CO2-Ausstoß sechsmal höher als in der konventionellen Landwirtschaft. Einfach, weil man da einen sehr hohen Materialaufwand hat, relativ zum Ertrag. Es macht bestimmt Spaß, sowas. Aber fürs Klima, da ist ein T-Bone-Stake direkt aus dem Amazonas wahrscheinlich doch noch ein bisschen besser. Gut, und das war's für heute. Die erste Wochenschau von mir. Sagen Sie mal bitte, ob es Ihnen gefallen hat. Ob ich das öfter machen soll. Ob das für Sie funktioniert. Und ich freue mich natürlich auch über Kanalabonnements. Zum Abo geht's hier unten. Da, wo auch die Hühner wieder sind, die muss ich jetzt langsam wieder kalt stellen. Dann habe ich aber auf jeden Fall auch schon ein paar schöne Geschenke zum Wallendienstag. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.